Hier haben wir die Showkabinen innen. Mit Stammgästen, die fühlen sich wohl hier. Ah, super. Wie oft warst du schon auf AIDA? 40? Nein, ich 12 oder 14 Mal. Ich war seit 96 aus, erst mal auf der K-Reihe. Oh, da war noch Irni. Genau, mit den grauen langen Haaren, oder? Ja, ja. Ja. Hier ist das in der Schrank.